Zürich Das war's fast. Was sind diese Leute? Wir sitzen jetzt in einem Ort, der Samra. Es ist ungefähr 22 m². Ich bin Orthodox-Kristian, von Armenien. Er ist ein Kristian-Katholik. Der Mann ist in Durzji. Die zwei Leute hinter mir sind muslims. Ein Sunni und ein Alawi. Der Mann ist da. Es gibt eine Verbindung zwischen muslim und christian. Wir haben eigentlich keine Probleme zwischen uns. Wir leben in der gleichen Welt. Nicht wie wir in den Medien sehen. Die meisten Menschen leben zusammen. Wir leben zusammen. Wir leben zusammen. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Und das ist die erste Mal in den drei Jahren. Ich lerne über das in Syrien. Danke. Ich bin jetzt 35.